Hallo, ich bin der Sandmann, ich zeige Ihnen nun, wie Sie das Dichtungsreparaturset verwenden. Sie haben Ihr Sandbild schon sehr lange und öfters eingestellt, durch das viele Einstechen kann die Dichtung löchrig werden. Das Bild wird undicht. Dafür gibt es unser Dichtungsreparaturset. Ganz einfach anzuhaben, hier ist Silikon drin, das ist die dicke Nadel, lassen Sie ein wenig Silikon raus, nehmen die Nadel, stecken Sie fest an, dann drücken Sie bis vorne Silikon rauskommt. So, rein ins Loch, bis Sie anstehen und dann einen Strich, eineinhalb Striche Silikon reindrücken reindrücken, zup, fertig, das Bild ist wieder dicht, trocknen lassen, nach einem Tag können Sie das Bild wieder drehen und richtig einstellen.